Willkommen zum Angedeilt von Rico Landen. Ein Eco-Shooter, den man wohl auf dem Korb spielen kann, aber naja, ich hab halt nur einen Kini. So, wir gucken mal rein in das Spiel und mal schauen. Daten für das werden synchronisiert. Okay, cool. Ja, ich hab noch keine Ahnung, aber das wird schon vielleicht. Was weiß ich, ich hätte auch lokal mit zwei Spielern spielen können, aber ich habe keinen zweiten Controller. Und keine Freunde. Von daher, ja, legen wir los und mal gucken. Normal, endgültiger Tod, Beschuss, der eigenen Seite verursacht, mehr schaden, Feinde verursacht, mehr schaden. Einfach, kein endgültiger Tod, Beschuss, der eigenen Seite verursacht, weniger Schaden. Wir machen mal einfach. Ich will erstmal das Spiel lernen und sehen. Ich bin ein Terrorism Officer. Und du willst mich auf Crowd Control? Du und 12,000 anderen. Wir brauchen alle Hands-On-Decke für das. Wir haben sogar Bussing in Uniforms von den Provinces. Du musst nicht aufhören. So, mit Respekt, ich glaube nicht, die Terrorist-Fraternitäts werden nur weil wir unshering in ein neues Millennium haben. Be das wie es ist, der Kommissioner fragt. Das ist Settelte, Redfern. So, shouldn't we be getting going? Give it time. It's ages until we need to be on duty. I know you trust your source, but there's no other chatter about this arms deal. You were saying? This is some serious shit. What do you reckon? Could be ex-Balkan stuff. Best guess is Russian, though. I need to see it up close. Who are the buyers? Looks like the Ronson firm. But this is big even for them. Your firearms trained, right? Yes, but... So, und da legen wir los mit, ich hab keine Ahnung, was. Ähm... Es kann nur gut werden. Ich hab jetzt länger keinen Shooter mehr auf der Konsole gespielt, aber das kriegen wir vielleicht irgendwie hin. Vielleicht. Eventuell. Ich hab keine Ahnung. Von dem Tag. Äh, kommt mein Baseball Schläger. Er sieht nicht sonderlich laufend aus, aber das wird schon. So, Gott. Ich schieße wie eine Banane. An der Stelle auch, ne? Danke an die Xbox, die einfach mal irgendwas einblendet, was mich gar nicht interessiert. kein automatisches nachladen dauer rein also wirklich ich glaube die affen sind eigentlich noch irgendwas mit dem ich integrieren kann ich glaube nein nicht alle auf einmal polizist am boden polizist am boden okay das ist ganz schnell das war jetzt level 1 das will ich gar nicht wissen was meine ich muss sich updaten will dann ist er sehr mitteilungsbedürftig so kommen wir ganz kurz rein hier in die in die steuerung da ziel modus wechsel umschalten für ducken sprinten zu unterstützen aha 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 okay keine ahnung also viel mehr ist jetzt nicht das wäre ein nahkampf gewesen das messer werfen okay schießen das ist das okay guten tag so feind getötet sehr schön ich mag wenn ich meine feind töten kann ja ja ich bin drin vielleicht jetzt mit ohne getötet wären das wäre cool noch nicht an die jetzt selbst mit einer granate erledigt oder wird mit einer waffe wie wichtig die andere waffe und keine ahnung so wieder leben so im ernst wie geht wiederbeleben das ist aber ich habe doch eine handfeierwaffe da nicht das viel mehr testen habe ich nicht das ist keine ahnung das screenshot gespalten ui toll sachen kann ich hier ich habe die xbox nicht so auf den hand ähm und schuldig noch wenig wie wechsel ich denn das waffen wenn ich mit den falltasten halbautomatisch automatisch feuerstoß ich glaube ich weiß auch nicht ähm nach oben gedrückt halten ist es nicht nach unten gedrückt halten ist es nicht das wird da ganz rechts eine pistolenanzeige das interessiert mich nicht warum hat das so lange gedauert ist ein verdammter screenshot ich weiß nicht wie ich das auch nicht lange gedrückt halten hier auch nicht das ist einfach die y-taste ich ziehe wie eine sturmtruppe ich bin eine sturmtruppe als ein medikit nehmen wir mal mit ich weiß es nicht so ok gucken wir uns mal die option hier genauer an von wegen ne präzision zielmodus empfindlichkeit das läuft wenn ich zeitlupe hab ne also ne zielhilfe warte die zielhilfe ich bin am controller ich brauche sowas mal gucken ey ich bin drin ich merke noch nichts von der zielhilfe jaaa das kann ich auch alter penner reklack ok ok warum irgendwas lohnt es sich hier irgendwie sich umzuschauen ich hab keine ahnung guten tag ne ich muss aber nachladen einen kleinen moment spielstopp ok geht es ja auch durch es geht auch dadurch mal gucken was die so haben ich kann auch rumsleiden ui toll was habt ihr hier so gebunkert aha nix nix was sich lohnt du mit der scheiße adidas jacke hier glaubt sie haben tot oh medikid das brauche ich ich kann mir das im kopf wenn du ne kumpel hast und so würde ich euch auch interessant vorstellen aber halt auch eher ein kurzweiliges erlebnis im zeitflug erstmal nachladen das ist eine beschissene idee sollte ich mir merken so ja ich benutze fernkampf waffen im nahkampf zum ballern nicht zum schießen so bin ich das ist alles eine andere waffe deswegen habe ich auch keine munition für den scheiß ok wie ist keiner da so flach kann ich eigentlich hier auch so ein ding drauf ballern übrigens mal wenn ich an kameras ballern nein also die umgebung ist teilweise manipulierbar teilweise aber auch nicht ne also das was du denken würdest äh äh wiss nicht ok ich bin drin ich bin drin move 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 feier eine hole ah ne ich habe keine kanate ach scheiße man wie für das dauert ein bisschen so ok sing wuf die wofür ist jetzt dieses magazin ist das magazin ich habe keineote und anderes auf jeden fall wackeltStOME yer Jo, was geht? Ich bin auch da, die Party kann losgehen, wo ist der Kuchen? Wie, es gibt keinen Kuchen. Okay, ich geh wieder. Ist da irgendwas mit dem Schalldämpfer? Oh, das ist jetzt so gut, das ist jetzt weiter nicht. Aber es ist rot. Rot ist immer ne Begründung. Kann man auch mal machen. Ey. Ich glaub, die Waffe ist scheiße. Ich glaub, ich muss nachladen. Nicht schön, aber sehr selten. Gibt's hier noch irgendwo ein Medikit? Ach, hier ist irgendwas. Munitionskontakt, ja, nehm ich auch. Aber Medikit ist nicht, ja? Was macht's von Sachs-Baden? Du sollst mich so heulen. Ne, 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 ne. So. Easy. Nachdem ich jetzt ein bisschen drin bin, geht's einigermaßen, aber ein bisschen mehr Heilung wäre nicht verkehrt. Und wir spielen auf einfach, wollte ich nicht nur gesagt. Wir können das Spiel auch auf einfach stellen, hab ich gemacht. So. Na, das ist ein Medikit. Das brauch ich. Jetzt, wo ich auch so, was tot war und auch nicht mehr wiederbeleben kann. Okay. Weiter geht's. Nicht in die Schüsse laufen. Okay. Randa, randa, move, move, move. Die haben Kopfschläger, auch nie, das ist ein Bruch, mir egal. Oh shit, du hast eine Granate. Okay. Oh. Keiner weiß, was das ist, aber ich nehm die Munition. So. Okay. Das ging gut. Nein, verbannt sich das gut. Kriegst du mal die Waffe, weil... Naja. Oh, schuldigung. Oh shit. Ich muss nachladen, ich muss nachladen, Penner. Dagsack, ihr leidiger. Polizist am Boden, Polizist am Boden. Okay. Äh, ja. Das ist Level 1. Was haben wir denn bei tägliches Spiel? Das ist jetzt auch kein Vogue-like oder so, ne? Dass man dadurch besser wird, oder? Das tägliches Spiel sieht irgendwie so aus wie das andere auch. Immer wieder selben rollen, ne? Nur anders angeordnet. Ach komm. Ne, warte. Ich muss einfach mal auf. Keine gleich hier nochmal zurück. Ähm. Ach man. Wenn ich selber nachladen, stört mich hier schon fast, ne? Bin ich hier nicht gewohnt. Ich kenn's so, wenn ich einen Shooter spiele. Wow, das hat gleich die Tür aufgemacht. Oh, die sind selber durchgekommen. Ich weiß nicht. Äh. Ja, ist ja gut. Hier. Dass er halt selber nachlädt, wenn er halt leer ist. So bin ich das gewohnt. Ach man. Die geht's auch schon wieder, ne? Das kommt mir nicht mehr klar. Überhaupt nicht. Wollte ich jetzt auch nicht einstellen. Mein, ne? Soll natürlich halt vielleicht irgendwie einen Polizeieinsatz simulieren. Ja, wurscht. So, schön viel Munition. Die ist gleich schön weg. Dann gibt's jetzt hier noch irgendwo Medikit, oder... Soll ich jetzt ohne weiter? Weil, na ja. Aus gegebenen Anlass bräuchte ich eventuell eines. Aber ich glaube, ich werde hier nicht für durch. Mehr da halt nicht. Okay. Munitionspaket. Nehmen wir halt da. Nützlich. Brauch da. Achso. Da muss ich wieder so eine Treppe ausdenken. Brauch da. Ja, ich habe da. Oh, komm. Was soll denn das jetzt glauben? Schnurz voll hier. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ich habe ihn tot. Weißt du, wenn ich meine Gegner am liebsten mag? Das könnte er tot sein. Was ist das? Ufwaffenpaket. Okay. Und sich eh viel zu selten. Weil ich die Tasse dafür schon wieder vergessen habe. Da war ein Pinker-Schallwerfer. Okay. Die Musik. Das hatte ich vorhin noch nicht. Backkasse? Über Exit hier unten? Da ist hier so eine Sicherheits-Tür oder wird? Etage gesichert. Wieso ging das jetzt so schnell? Okay. Hier kann ich dann Medaillen-Sommer und das für irgendwas ausgeben. Ah, okay. Jetzt hier erlebten wir eine Explosionsschabe von 5%. Hm. Okay. Sehe ich, was mein Charakter so hat? Okay. Ich bin hier nicht begeistert von. Das war alles im selben Etage, ja? Ich weiß ja nicht. Hey, ich klicke am Boden, am Boden. Hier mit euren scheiß IBM-PCs. Okay. Wir haben Paper. Und Weihnachtsgeschenke gibt es ja auch. Das hier stimmt langsam 2.0 damit. Und hier auch die Nikolaus-Säcke und so. Ah, Windows-Fehler. Sehe ich sofort. Er hat eigentlich den Teilen kopiert, Mama. Das sieht man doch. Ja, mir auch. So. 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 So macht man das. Wie oft so kann ich verwenden in einem Let's Play oder einem Anger-Darling? Oft. Allein bei Minecraft. Auch so eine Mammut-Aufgabe. Haha. Die ganzen Doves zu zählen, oder? Ein Geschenk für mich. Der hat doch nie nötig gewesen. Ich gehe nicht runter. Oh. Was die Gangster überhaupt sagen? Get down. Aus dem Boden. Er tot, ich tot. Okay. Ja, gut. Genauigkeit 41,8%. Okay. Das haben heute noch zwei andere gespielt, oder wie ist das? Ja. Also es waren nicht mal Leute aus einer Freundesliste, weil so wusste ich meine Freundesliste nicht. Sniper-Drehen, ich schließe alle in 50 Sekunden ab. Tutte alle Gegner mit einem Kopfschuss. Okay. Wie zoome ich denn? Nicht so. Nein. Nein. Achso, einfach so. Okay. So, ich würde alle Gegner mit einem Kopfschuss jetzt schon verkacken. Okay. Oh Gott. Da ist ja nichts für mich, ne? Let's play. Ne, das nicht. Das ist auf gar keinen Fall. Das ist alles hier in so ein paar Sekunden, weißt du? Ups, Sekunden. Ist vielleicht sogar möglich. Ich weiß nicht. Aber... Irgendwie... Ich glaube, nein. Mauer halt nach vorne. Und das war auch nur 50 Sekunden. Okay. Okay. Gibt halt auch noch diverse andere Missionen. Aber... Gut, ich würde sagen, ist halt ein netter Koop-Challenge-Shooter. Ich hätte mir mehr was gewünscht mit irgendwie einer Story, so einen Story-Shooter, den man auf Koop machen kann. Der ist jetzt schon fast ein bisschen generisch und... Aber nur gut. Es gibt Leute, die mögen so ein kurzweiliges kleines Shooter-Spielchen. Für diejenigen ist das vielleicht genau das Richtige. Für mich... Jetzt nicht. Dann ist es halt so. Mir muss ja auch nicht alles gefallen. So. Jetzt aber, sei schön mit Öl. Wir sehen uns beim nächsten Mal angedachtelt. Und bis dann. Wir sehen uns beim nächsten Mal.